Oh, was machst denn du da? Beckenbogenkrängeln. Spinnst du jetzt? Oh, das machst du da rein und dann machst du das mit deinem Handy so hoch und runter. Das ist wie Super Mario. Das funktioniert doch niemals. Was für ein Quatsch. Das ist wie dieser Bauchmuskeltrainer. Habe ich mir auch mal zwei Wochen umgeschnallt abends. Und? Sehe ich aus wie Cristiano Ronaldo? Wisst ihr, was das hier ist? Ein Beckenbodentrainer. Schätzungsweise jede dritte Frau leidet im Laufe ihres Lebens unter Beckenbodenproblemen. Und was gäbe es Einfaches, als sich dieses Ding einfach einzuführen und den Beckenboden zu trainieren. Kann das funktionieren oder nicht? Das klären wir in diesem Video. Mein Name ist Dr. Mietkonstantin Werkner. Und mit diesem Kanal möchte ich die Frauengesundheit raus aus dem stillen Kämmerchen holen und wieder in die Öffentlichkeit treiben. Denn es ist eine unglaublich wichtige Thematik. Wenn du mir dabei helfen willst, dann mache ich es dir ganz leicht. Du musst einfach nur auf den Abonnieren-Knopf drücken und schon weiß YouTube, oh, das Thema ist gewollt. Also spiele ich es mehr aus. Und wir können zusammen noch mehr Frauen helfen. Dieses Gerät und andere Geräte sind sogenannte Bio-Feedback-Devices. Bio-Feedback bedeutet, dass ich eine Muskelkontraktion visuell darstellen kann. Früher war das auf einer Art Skala. Ja, heutzutage gibt es das auch als App, sodass solche Geräte auch App-gesteuert sein können. Du also sogar Spiele spielen kannst mit deinem Beckenboden auf deinem Handy und nebenbei auch noch den Beckenboden trainierst. Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Warum ist Bio-Feedback überhaupt so wichtig? Weil ungefähr jede fünfte Frau und auch die Männer den eigenen Beckenboden nicht bewusst ansteuern können. Du kannst dich ja mal selber hinterfragen bzw. jetzt in dem Augenblick versuchen, deinen Beckenboden anzusteuern, also die Muskulatur bewusst anzusteuern. Wenn man das nämlich nicht gut gelernt hat oder überhaupt nicht kann, dann ist das äußerst schwierig. Aber den Beckenboden anzusteuern ist nicht nur wichtig im Alltag, um eben Beckenboden schonenden Alltag zu gestalten, sondern eben auch, wenn man Probleme hat, um ihn zu trainieren. Jetzt müssen wir aber noch zwei, drei Dinge erzählen zum Beckenbodentraining, weil das ist gar nicht so trivial. Und dann merkt ihr schon, dass das hier auch ein paar Einschränkungen hat. So ein Beckenboden besteht nämlich leider nicht nur aus Muskulatur, ganz im Gegenteil. Da ist viel Bindegewebe und Muskelsehnen eben beteiligt, die bewusst eben auch nicht so gut trainiert werden können wie ein Muskel. Denn es handelt sich dabei im größten Teil um Stützmaterial, also Gewebe, was einfach nur stützen soll. Und wenn das defekt ist, dann kann ich meinen Muskeln auch so viel trainieren. Das wird nichts bringen, denn das Bindegewebe hält trotzdem nicht. Weshalb diese Teile hier auch die effizienteste Therapieform ist bei Beckenbodenproblemen und auch Harninkontinenz, sogenannte Pessare. Da komme ich aber in einem gesonderten Video nochmal drauf zurück. Kommen wir also nochmal zu diesen Geräten zurück. Wie funktioniert das? Ich führe mir das vaginal ein, ich jetzt nicht. Aber ihr, wenn ihr eine Vagina und einen Beckenboden und eine Gebärmutter habt und dann kann man das Ganze entweder App-gesteuert als Spiel spielen. Es gibt aber auch wirklich so medizinische Biofeedback-Geräte, die eine Skala anzeigen. Es gibt auch Geräte, die selbst elektrische Impulse lossenden und den Muskel so zum Kontrahieren bringen. Ihr kennt das vielleicht von diesen Bauchmuskeltrainern, die man sich umgeschnallt hat und dann auf der Couch saß, Chips gegessen hat und dann geguckt hat, ob man einen Sixpack bekommt. Ganz so einfach ist das auch nicht, aber so ähnlich ist das Prinzip eben auch durch elektrische Stimulation, die Muskulatur dazu zu bewegen, sich zusammenzuziehen und dementsprechend auch zu trainieren. Warum ist Biofeedback jetzt überhaupt enorm wichtig? Ich habe es schon gesagt, den Beckenboden ansteuern lernen ist sehr, sehr wichtig und das auch noch visuell zu sehen, trainiert ja das eben. Wenn ich merke, okay, ich kontrahiere hier irgendwas, das ist aber mein Po, dann zeigt die App eben keinen guten Ausschlag aus. Wenn ich aber den Beckenboden gut ansteuere und merke, okay, das ist jetzt der Beckenboden, dann zeigt dir die App sofort, das war eine richtige Kontraktion des Beckenbodens. Also lernst du dabei, diese Stimulation, das war mein Beckenboden und dementsprechend kann ich ihn natürlich auch besser trainieren. Also können wir schon mal grob zusammenfassen, für den Anfang, um zu lernen, den Beckenboden anzusteuern, sind die Teile gar nicht so schlecht. Denn wie sollte ich es sonst lernen, wenn ich kein Feedback bekomme? Früher hat man das übrigens so gemacht und heute auch noch, zum Beispiel in urogynäkologischen Zentren, dass man ein visuelles Biofeedback macht mit Ultraschall. Also wird ein vaginaler Ultraschall zum Beispiel gemacht, die Harnröhre wird dargestellt und die Patientin wird aufgefordert, den Beckenboden anzusteuern. Und was man dann sieht, ist, wie die Harnröhre sich eben bewegt, in eine schlechte Richtung und in eine gute Richtung. Und das ist natürlich tolles Feedback, weil man so ganz genau lernen kann, wie man die Harnröhre quasi korrekt bewegt, sodass es nicht zu Inkontinenzen mehr kommt. Also erstmal halten wir fest, joa, gar nicht so schlecht für das anfängliche Üben. Kritikpunkt ist aber, wenn ich mich jetzt einfach auf die Couch setze oder irgendwo auf einen Stuhl setze und meinen Beckenboden damit trainiere, dann spiegelt das nicht die Realität wider. Denn was soll unser Beckenboden denn eigentlich im Alltag machen? Er hält der Schwerkraft entgegen die inneren Organe an Ort und Stelle. Wenn ich im Bett liege oder auf der Couch sitze, ist der Beckenboden nicht aktiv. Und das ist auch nicht seine Funktion, im Liegen oder im Sitzen den Beckenboden zu halten. Das heißt, ich trainiere in einer völlig unphysiologischen Position in dem Augenblick einen Beckenboden, der aber eigentlich dazu da ist, in der Vertikalen und vor allen Dingen vor Erschütterungen und Impacts, Niesen, Husten, Springen, Joggen, den die Organe an Ort und Stelle zu halten und eben nicht zu Senkungserscheinungen oder sogar Harninkontinenzen oder Stuhlinkontinenzen zu führen. Ich lerne mit dem Ding also auch nicht, im Alltag schonend oder präventiv mit meinem Beckenboden umzugehen. Allein ein Niesen und ein Husten zum Beispiel kann ja beckenbodenunfreundlich verlaufen oder auch beckenbodenfreundlich. Vielleicht habt ihr es ja auch schon mal gehört, die beckenbodenfreundlichen Niespositionen, wo man eben wirklich den Kopf zur Seite dreht und quasi über die Schulter hustet und einen relativ geraden Stand haben sollte, damit der Beckenboden eben nicht so einmal durchsackt, wie wir es sonst immer machen, wenn wir niesen und uns wirklich dann fallen lassen und zusammenklappen. Das ist also maximal beckenbodenunfreundlich. Es geht also beim Beckenbodentraining entweder bei einer Physiopelvika-Therapeutin, also ausgebildeten Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, oder bei anderen Beckenbodenspezialisten eher darum, wie kann ich im Alltag den Beckenboden möglichst schonen. Beim Tragen, beim Niesen, beim Husten, beim Joggen etc. pp. Okay, das ist Schritt Nummer 1 für das Beckenbodentraining. Schritt Nummer 2 ist sicherlich auch das Training der Muskulatur. Hier kommen wir wieder zurück. Hier gibt es auch kleine Studien und auch von einer kleinen Fallzahl und auch wenig Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber die auch schon vermuten lassen, dass für so einen unkomplizierten und barrierenfreien Zugang das gar nicht so schlecht ist, weil das kann jeder nicht invasiv zu Hause machen und es motiviert sogar, weil mit einer App gesteuert kann man sogar Spiele spielen. Also das Gesamtpaket an sich ist gar nicht so verkehrt, aber man darf eben auch nicht zu hohe Erwartungen setzen, weil die können so nicht erreicht werden. Der dritte Punkt, und dann komme ich wieder hier zu einem Pessar, in dem Fall ein Würfelpessar, ist, ich muss natürlich zusehen, dass mein Bindegewebe auch gestützt wird. Dieses Teil hier kann natürlich nicht aktiv den Beckenboden oder die Beckenbodenschwäche jetzt erstmal verbessern. Es ist nichts Therapeutisches in dem Sinne, sondern es kann unterstützend sehr wichtig sein. Stellt euch vor, ihr wollt einen Beckenboden trainieren, der physiologischerweise so eine Ausrichtung hat. Die Muskelfasern können hier sehr gut ineinander greifen, alles ist super. Jetzt haben wir das Problem, dass ein Beckenboden schwächer geworden ist, aus welchen Gründen auch immer. Dürft ihr euch das Video gerne mal angucken, zur Harninkontinenz zum Beispiel. Wenn ich jetzt meinen Beckenboden trainiere mit einem Muskelverlauf, der eben nicht physiologisch ist, dann leuchtet das schon ein, kann das nicht so gut funktionieren. Was macht jetzt ein Pessar, den man sich vaginal einführt? Es schiebt den Beckenboden wieder in die Ausgangslage. Ja, und jetzt kann ich natürlich auch den Beckenboden wieder gut kräftigen und trainieren. Außerdem benutzen solche Pessarinnen natürlich auch viele Frauen, die sagen, heute gehe ich fünf Stunden wandern, heute gehe ich shoppen, heute ist Trampolintag mit den Kindern, heute gehe ich joggen. Und das soll eben zur Unterstützung meinen Beckenboden dann auch noch ein bisschen supporten. Summa summa herum, was kann man sagen? Beckenbodentraining mit solchen Beckenbodentrainern, ja, scheint eine kleine Option zu sein. Erstens für das Training an sich und zweitens vor allen Dingen zu lernen, den Beckenboden anzusteuern. Aber nein, es ersetzt eben nicht die komplette Therapie eines Beckenbodens, die muss ganzheitlich sein. Dazu gehört auch eine Stütze eventuell, dazu gehört eine Physiopelvikertherapeutin eventuell und dazu gehört auch ein gezieltes Training. Kleiner Wermutstropfen noch, diese Geräte, die man jetzt frei erwerben kann im Internet, werden ja auch meistens nicht von den Krankenkassen übernommen und kosten ordentlich auch Geld. Es gibt auch medizinische Biofeedbackgeräte, die eine Zeit lang quasi leihweise auch von den Krankenkassen bezahlt werden. Kritikpunkt der Wissenschaft ist auch, dass solche Geräte einfach auf den Markt geschwemmt werden, ohne dass es wirklich eine Evidenz dazu gibt. Oder die Fallzahl, selbst vom Hersteller eine Studie etabliert mit 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, einfach zu gering ist, als dass man sagen kann, ja, hier ist ein Medizindevice, denn nichts anderes ist es ja, bitte, ihr dürft es benutzen, weil hier ist der wissenschaftliche Beleg, es funktioniert. Da ist der große Kritikpunkt, die kommen auf den Markt, es wird gemacht und dann wird erst geschaut, funktioniert es überhaupt, ja oder nein. Beckenbodentraining, Beckenboden stärken, wenn dich da noch weitere Tipps interessieren darfst, soll dir dieses Video hier oben gerne mal anschauen. Wenn du bei Schwangerschaft und Geburt mal hören willst, was kommt auf meinen Beckenboden dazu, was kann ich tun, dann schau hier unten bitte das Video. Und das Wichtigste, was du jetzt noch tun kannst, ist hier unten klicken, dann hast du nämlich diesen Kanal abonniert. Und das zeigt mir, dass das gewollt ist, was ich hier so mache. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, viel Spaß, bis dahin und tschüss.